Hey Leute, hier ist der Altemach mit Halo 2. Willkommen zurück, wir rennen um unser Leben. Wir rennen und sterben, aber wir kommen voran. Oh Gott. Nein, 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 nein. Ist der leer? Und kaputt, scheiße. Komm, wir landen hier mit 10 Millionen Panzern und lassen die uns erobern von den Fluts. Ich glaube, wir brauchen mal Flutwaffen. Anti-Flutwaffen. Nein, ich will nicht abknallen, dankeschön. Dankeschön, aua. Das beste Ding hier. Ich glaube, das ist ein Auto-Aim. Die Kanone hat ein Auto-Aim. Aber ich meine, warum nicht? Das sind ja Zukunftswaffen. Warum nicht? Zu Fall gebracht. Von Insekten. Artigen. Woa, woa, woa. Ja, die haben jetzt brauchen wir was mit mehr Wumms. Die haben zwar diesen Panzer, aber das Ding hier, Alter. Also��, wie immer wieder. Das ist doch hier. Ich glaube, das ist doch sehr, sehr schön. Ich bin ein Blizzard-Aim. Ich bin yather. Puh. Aussteigen, Leute. Es geht weiter. Okay. Pass auf, du nimmst jetzt mal den hier. Ach, scheiße, wir haben ja nichts anderes, oder? Warte mal. Müssen wir mal kurz was zum Tauschen holen. Das bringt uns gar nichts, aber das Schwertchen kann uns was bringen. Warte mal. Ah. Was geht's? Strohflinten wäre jetzt ganz gut. Bin ich richtig? Katsin. Mehr Menschen. Die wollen wohl das Symbol. Aus dem Weggebieter. Ich erledige diese Bestien. Der Feigling ist also nicht dabei. Ich tue mein Bestes, um euch die Flatt vom Hals zu halten. Ach, Feigling. Weiß ich nicht. Aber es war schon ein bisschen. Warum hat er mich jetzt allein gelassen? Die Hierarchen sollten kein Versag. Ohne Ziel werde ich unruhig. Oh, scheiße. Entschuldigung. Entschuldigung, ich bin noch neu in dem Job. Ja, da oben. Der Schmarotzer will angreifen. Wer denn? Wo? Oh. Ich sehe nichts mehr. Wie der mir hilft, ne? Dabei ist das ein Arschloch. Wir haben jemanden verloren. Wahrscheinlich. Menschen? Menschen? Ach, da hinten sind die anderen Menschen. Positivdenken, vielleicht knallen sie ihn ab. Habt ihr das gehört? Ja, wir hassen den alle. Der greift die jetzt an, ey. Jetzt... Okay, nix. Also da hinten ist die Captain Keyes. Ich weiß nicht. Oder der Sergeant halt mit seinen Leuten, die er 10 Millionen massakriert und stirbt, nur um den Index zu holen. Aber krass, oder? Oh Gott! Nein! Lanzelot 500 ist gestorben. Alter, warum sind... Das ist ja nicht. Die Fluts sind die besten. Ich würde gerne lieber die Flut als Verbündete haben. Und dann kommen die halt immer unendlich lang. Dumm, 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 dumm. Wo fahren wir lang? Sind wir noch am hochfahren? Das ist ja quasi die... Die Menschen sind vor uns eingedrungen. Ein bisschen kurz vor uns. Deswegen haben die Vorsprung. Die bösen Menschen. Keine Sorge, ich pass auf dich auf. Nein! Oh Gott! Okay, wir schaffen das schon. Och nö, komm! Das ist manchmal so komisch mit den... Oh, was haben wir denn hier? Naja, nimm nur mal das hier. Hallo! Hallo! Das ist super! Das kann ich was bringen hier. Schrotflinten. Schwerter. Raketenwerfer. Dann dieser Laser ist ganz gut. Aber ich weiß nicht, wie die KI mit welchen macht die gut angehen. Die Schrotflinte gehört. Aha. Die muss ich aber jetzt für mich da lassen. Zwei Schwerter, eine Schrotflinze. Okay. Boah, sehr schön. Es tut mir leid. Oh Gott. Oh Gott. Ich lebe noch, unfassbar. Ich habe bisher keiner überlebt, oder? Traurig! Oh Gott, da kommen sie. Ich glaube, ich laufe einfach im Kreis. Da ist der andere Fahrstuhl. Chip, Fahrstuhl. Irgendwas ist es ja. Fahrende Brücke. Geronimo, ich schaffe das schon. Nein, ich wollte nicht. Ich halte einfach hier unten den Durchgang. Fertig, dann dürften die eigentlich nicht hier drauf kommen. Alter! Hat mich mit einem Schuss der Stromfilter umgepumpt. Wären die doch bloß so gut wären bei mir. Wie genau schaffen die es denn hier rein? Die spawnen doch hier. Genau so, mein Sohn. Äh, Freund. Ich guck jetzt einfach hier drauf. Fertig. Spott immer mal einer oben, aber O2. Tötet euch wieder gegenseitig, ihr Helden. So. Können wir jetzt da? Wir bewegen uns noch. Kontrollpunkt, sehr gut. Wir haben sogar noch Überlebende. Oh Gott, oh Gott. Ist noch nicht vorbei. Oh. Siehst du schon, gehe ich von dem Eingang weg, kommen die wie die, wie die Seuche. Die Menschen sind schon drin, Gebiete. Ihnen nach. Ich bewache die Verteidigungsstellung. Ich bleibe hier, ich bleibe hier. Noch sind wir nicht da. Ich warte, ich warte. In meiner kleinen Höhle weine ich vor mir hin. Vor mich hin. Ich baue mir ein Haus. Guck mal, das sind alle down, oder? Nee. Das altbekannte Gefühl. Scheiße, ich muss sterben, oder was? Da ist echt noch einer übrig. Wir beschützen dieses Schiff. Vielleicht unser einziges Fluchtmittel. Holen Sie das Symbol zurück, Gebieter. Für die Allianz und für die Reise. Wie er immer zurück bleibt. Oh je. Ach, die armen Soldaten, Alter. Wie viele sind das denn? Oh. Okay, Szene. Wissen Sie, Ihr Vater hat mich auch nie um Hilfe gebeten. Der Index ist sicher. MacLancy, Paris, sind Sie raus? Hören Sie mich, Marines! Wir haben Probleme. Verdammt! Wie läuft's? Sgt. Sgt, unten bleiben! Johnson, alles okay? Johnson! Ausgezeichnet, Gebieter. Die Hierarchen werden zufrieden sein. Das Symbol ist meine Verantwortlichkeit. War Ihre Verantwortlichkeit. Jetzt ist es meine. Ein blutiges Schicksal wartet auf Sie und den Rest Ihrer inkompetenten Rasse. Und ich, Tartarus, Häuptling der Brutes, schicke Sie dorthin. Wenn die Propheten hiervon erfahren, sind Sie erledigt. Wenn Sie es erfahren? Hahaha. Na, Sie befahlen mir das zu tun. Arschlöcher. Äh, Gravemind. Top! Die Wette gilt. Bis der Arzt kommt. So, jetzt wird's interessant. So, jetzt wird's interessant. Das, äh, Gebieter. Ganz ruhig. Würde mich damit lieber nicht anlegen. Dämon! 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 Und Zeit. Jetzt spreche ich. Und sehen wir zurück. Hallo. Ich bin 24-01-Penitent-Tangent. Ich bin der Illuminat der Einrichtung 05. Und ich bin der Prophet des Bedauerns. Höchster Rat. Hierarch der Allianz. Ein Reclaimer? Hier? Endlich. Wir haben viel zu tun. Diese Einrichtung muss aktiviert werden, damit wir den Ausbruch kontrollieren. Bleibt, wo ihr seid. Solange ich predige, wird hier gar nichts getan. Falsch. Diese Anlage hält einen Rekord von 1,2 Trillionen Simulierten und einem echten Zugriff. Sie ist auf Abruffeuer bereit. Von allen Dingen, die uns unsere Herren hinterlassen haben, ist nicht so wertlos wie diese Orakel. Sie wissen nichts von der großen Reise. Und Sie wissen nichts über Eindämmung. Sie haben sogar die grundlegendsten Regeln und Prozeduren missachtet. Seine Eindämmung und seine große Reise sind ein und dasselbe. Eure Propheten haben die Flucht vor dem sicheren Untergang versprochen. Aber auf diesem Ring findet ihr keine Erlösung. Wer in diesem Ort baute, wusste genau, was er tat. Fehleinschätzung ihrer Absichten führt nur zum erläuten Untergang. Das Ding hat recht. Halo ist eine Waffe. Ihre Propheten machen einen großen Fehler. Ihre Dummheit hat bereits einen der Heiligen Ringe zerstört, Dämon. Das passiert nicht nochmal. Unwahrheit nicht hören wollen. Zeiglich sind wohl. Es kann verhindert werden, dass der Schlüssel gedreht wird. Wenn man ihn hat, sie werden an einer Stelle suchen. Sie an einer anderen. Das Schicksal machte uns zu Feinden. Dieser Rüden zu Brüdern. Wir sind alle von uns zutiefst betroffen. Die Freisetzung des Parasiten war unerwartet, unglücklich. Aber es gibt keinen Grund zur Panik. Tatsächlich ist das Grund zur Freude. Ein Moment, den die ganze Allianz feiern sollte. Denn das heilige Symbol ist gefunden. Mit ihm ist der Weg frei. Unser Eintritt in die Göttlichkeit garantiert. Die große Reise naht. Und nichts, nicht einmal die Flaggen, kann sie verhindern. Oh oh. Äh. Tötet den Dämon. Oh oh. Äh. Jungs. Je schneller man diese Brutes umlegt, desto besser. Sie haben keine Schildgeneratoren, aber man sollte sie erledigen. Es dreht durch. Meine Güte. Nehmen wir jetzt neue Knarren. Ich denke mal nicht. Okay Leute, bis zur nächsten Folge. Ich muss sie leider aufhören. Es wird spannend. Cool, oder? Ah man. Ich vergesse jedes Mal, wie cool die Story ist von Halo. Jetzt stimmen wir auf der Scheiße. Uah. Cool. Ja, bis zur nächsten Folge. Auch rein. Auch rein. Weissel. Bitte. Bis zum nächsten Mal.